Sebalta, du kennst unterdessen auch die anderen Kandidaten. Wie schätzt du dann deine Chancen ein für das Halbfinale? Ja, also im zweiten Halbfinale, wo ich bin, muss ich sagen, die Songs und die Länder sind ziemlich stark. Und ich habe wirklich, also alle meine Lieblingslieder und fast alle meine Lieblingslieder sind im Halbfinale mit mich. Also das gesagt, für mich ist einfach wichtig, also die drei Minuten, die ich habe, wirklich super gut auszunutzen, eine gute Chance zu bieten und dann mal schauen, wenn die Zuschauern das also gerne haben, haben wir eine Chance. Absolut.